Hallöchen, meine lieben Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Fast hätte ich Vanilla gesagt. Ich denke, ja, doch, ich glaube schon. Ich werde jetzt meinen Ruhestein hinlegen, wenn er da nicht schon ist. Also hier in der Base, in Mock Natal. Und dann werde ich nach Shadrath gehen. Also erstmal werde ich die Quests abgeben und etwaige neue Quests annehmen. Und dann werde ich nach Shadrath gehen. Mich nach TB oder whatever, keine Ahnung, wohin auch immer, teleportieren lassen. Und werde dann mein Inventory leeren. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, weil wir auf dem Weg noch nicht eine einzige Mini gesehen haben. Normalerweise findet man auf dem Weg schon tausende Mini. Hier zum Beispiel. Mal eben das Viech aufschalten. Weil wir müssen einfach ein paar Sachen wieder ins Optionshaus stellen. Es fehlt uns einfach am Platz. Da ist noch einer. Oh, sogar zwei. Und damit bleibt jetzt hier noch zwei Quests da. Gut, nehme ich die eben nochmal kurz an. Verständnis für die Mock Natal. Leorox schaut euch mit einem Blick an, der euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ihr kommt zu den Mock Natal, aber ihr versteht uns nicht. Ihr versteht unseren Kampf um Leben oder Tod nicht. Wenn ihr uns verstehen wollt, müsst ihr euch diesem Kampf aussetzen. Im Süden findet ihr die Arakoa der Veknir. Sie haben eine Gruppe von Ogern in den Höhlen, die als Trogmas Besitz bekannt sind. Die, äh, als Sklaven. Dort findet ihr auch ihren Anführer Weg. Tötet ihn. Tötet ihn. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Quest ist. Auf jeden Fall merkt man, dass ich noch nicht ganz auf den Beinen bin hier. Lesen ist on point. Probieren geht über Studieren. Ich habe vier Zauberstäbe hergestellt, die die Macht der Arakoa-Kristalle verstärken sollten. Bringt diese Stäbe zu Trogmas Besitz und probiert sie an den Ogern-Sklaven aus. Ihr benötigt einen energieerfüllten Kristall von den Arakoa in der Gegend, um die Stäbe zu benutzen. Kommt zu mir zurück, sobald ihr herausgefunden habt, welcher Stab am besten funktioniert. Für die Rode. Na gut. Das ist jetzt natürlich eine ganz schöne Strecke hier, die wir nach Schadrat überbrücken müssen. Aber auf dem Weg dorthin können wir noch ein bisschen Minen einseilen. Und ich kann euch ein bisschen was Allgemeines erzählen. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt eine Wohnung haben. Und seit gestern sind wir auch stark dabei, die ganze Wohnung zu renovieren. Da muss einiges gemacht werden. Und da sind wir jetzt gerade bei. Und das ist gar nicht so wenig. Unter anderem müssen in fast jedem Raum Wände gestrichen werden. Es müssen in jedem Raum die Wände gestrichen werden. Teilweise auch die Decken. Und in einem Raum muss ich auch Laminat verlegen. Ja, und hier ist jetzt die Problematik. Was heißt die Problematik? Ja, man kann es schon Problematik nennen. Es kostet mehr Zeit, als ich gedacht habe. Der Mietvertrag beginnt mit dem 1.7. Mit dem 12. Und aufgrund meines Referendariats habe ich halt nicht so jeden Tag von morgens bis abends Zeit. Heute ist Freitag. Heute werden wir richtig ranklotzen. Morgen auch. Und Sonntag wird es dann schon wieder weniger werden. Weil Sonntag muss ich mich dann stark auf meinen Ref vorbereiten. Weil Montag wird schon wieder ein bisschen wilder. Das heißt, ja, es ist nicht ganz unanstrengend. Gestern habe ich die Decke gestrichen und hier dann noch die Wände. Und die Decke war richtig, richtig bescheiden. Also von allem, was mit Streichen zu tun hat, finde ich Deckenstreichen schon mit Abstand am nervigsten. Ganz einfach, weil dir da die ganze Zeit die Farbe wirklich auch ins Gesicht tropft. Tja, das kannst du fast gar nicht verhindern. Äh, ja. Und was? Oh Gott. Das habe ich in letzter Zeit so oft. Ich habe es so oft. Was ist denn das? Was ist denn das? WTF? Das ist nicht WoW. Das ist das Internet. Das ist safe, das Internet. Keine Ahnung. Richtig ätzend. Das ist übrigens auch eine Geschichte. Ich habe auch schon Internet für die Wohnung organisiert. Morgen kommt das Paket. Ich muss über Kabel, über Vodafone heißt es ja jetzt. Ähm, da ist nur eine zweipolige Buchse drin. Man braucht ja so eine dreipolige Buchse. Das heißt, es gibt einen Adapter, den man einfach auf diese zweipolige Buchse draufsetzen kann. Ich weiß nicht, ob der so gut ist. Das heißt, ich überlege, ob ich nicht eventuell eine dreipolige Buchse kaufe und die dann dort anschließe. Und dann nehmen wir einfach eine dreipolige Buchse und nicht so eine zweipolige mit so einem doofen Adapter oben drauf. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie das mit den, äh, mit den, ähm, Kabelkanälen ist, weil mein Arbeitszimmer in einem anderen Zimmer ist als, ähm, als der Router. Das ging leider nicht anders. Ja, müssen wir gucken. Auf jeden Fall wird es, äh, ein 500h Internet werden. Ich hoffe, das kommt auch an. Wenn nicht, ich meine 500 ist so oder so ein Megavoluter. Also wenn nur 400 ankommen würde, wäre ich glücklich. Und ich habe, äh, äh, einen zusätzlichen Upload genug. Das heißt, äh, Upload von 50 Mbitz pro Sekunde. Und damit sollte ich auch easy streamen können und auch easy die Folgen hochladen können. Also von daher, das wird auf jeden Fall, äh, mir die Sache hier wirklich deutlich vereinfachen. Mal sehen, wie oft ich dann wirklich, äh, auch streamen werde. Und ich hoffe, dass dann dieses dämliche Disconnecten weg ist. Das ist noch nicht so lange so. Seit einem Monat oder so, dass mir das wirklich, dass mir das wirklich aufgefallen ist. Ja, Monat kommt ungefähr hin. Empfinde ich als richtig störend. Silbermond, Kristall. Schadrat. Na, das ist hier nirgends so ein Portal. Nach Thunderbuff gibt. Egal. Ugrimma ist auch gut. Ist ja auch ein Auktionshaus. Ich wäre gerne nach Tibi gegangen wegen der Musik. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Kann man nicht verkaufen. Seelengebunden, ne? Kannst du ihn mal ausprobieren. Mal der Mantik jetzt. Tunika. Messerstoff. Knotenhautleder. Arakorafeder. Warum ist die so viel wert? Keine Ahnung. Ziegel der Feuer schwingen. Noch mehr Netherstoff. Dickes Rollen. Wollt ihr mich verkackern, oder was? 600.000. Mach mal einen Punkt. Dämonenhautleder. Megaweberseide. Dieser Giftbeutel. Das ist gar nichts mehr. Das meiste davon werden wir sowieso nicht loswerden. Ich sag euch, wie es ist. Chorium Erz. 4500. Gut. Leben Urschatten. Feuer. Dann nicht noch. Feuer. 2, 3. Erde. Oh, Wasser. Diese Handgelenke. 99 Gold. Ganz ehrlich, das sind so Sachen, die... Das ist gerade Handgelenke, ne? Das interessiert halt keine Sau. Wird man niemals loswerden. Oh, Luft. Eternium Erz. Palavantit. Teufelseisen. Knotenhautleder. Nässerstoff. Nässerstoffen war richtig viel. Stern der Illumina. Teuflische Waffen. Mal des Sargas. Mal von Kirin. Bis ins des Wassers. Okay. Dann will ich jetzt einfach nur mal zusehen, dass ich ein bisschen was von den Krempel verkaufe hier. Das kann ich hier wegschmeißen, weil die brauche ich nicht mehr. Die Rezepte auch. Dieses Gift auch. Stapeln. Wo ist denn jetzt hier nochmal die Bank? Die ist glaube ich da hinten, ne? Okay, hier. Junge, da habe ich doch noch so ein paar Sachen drauf. Hammer des Nordwinds. Warum das nur bis Stuke 60 aktiv ist? Keine Ahnung. Stimmt, wir hatten mal so einen Legendary, einen Epic Drop hier, ne? Weiß gar nicht. Es war in BRD, oder? Hier einen Reiserucksack tu ich hier hin. Ja gut, die Sachen, die ich jetzt hatte, ich überlege gerade, ob ich sie wieder, ob ich sie endere. Ich will sie eigentlich nicht verkaufen. So rar Gegenstände möchte ich eigentlich sammeln. Warum auch nicht? Ich werde sie eh niemals, niemals los, ne? Niemals, niemals. Äh, Auktion. Ich bin echt gespannt, dass wir davon loswerden, wenn wir uns das nächste Mal einloggen. Ich werde auch jetzt hier in Ogrimma mich gleich ausloggen. Damit ich dann beim nächsten Mal, wenn wir hier mit dem Charakter anfangen, direkt die Sachen, die wir nicht losgeworden sind, einstellen kann. Ach, ich habe sie schon mitgenommen? Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig, brain-lagged. Wow. Komm schon, jetzt nicht dein Ernst. WTF. Und hier ist auch direkt ein Briefkasten daneben. Auch den habe ich gerade nicht gesehen. Nein, Leute. Na gut. So, liebe Leute, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Wie gesagt, der Umzug und das Reff, das ist momentan ziemlich stressig. Das bedeutet, dass es eventuell zu Verzögerungen kommt. Noch bin ich ganz gut aufgestellt mit Folgen. Was Risen angeht, gar nicht. Aber den Rest, Risen, muss ich dann sehen, wann es da weitergeht. Aber auch da wird es jetzt nicht fünf Wochen dauern, bis es dort weitergeht. Aber einfach nur so, damit ihr Bescheid wisst. Es dauert noch seine Zeit. Es wird noch ein bisschen dauern. Also nehmt es mir nicht übel, wenn die eine oder andere Folge ein bisschen länger auf sich warten lässt. Gut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Voraussichtlich übermorgen. Und ja, bis dahin. Macht's immer gut. Ciao. Kakao. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.